hallo leute willkommen auf dem kanal heute eine landwirtschaft 2019 challenge ich bin hier schön immer enden lassen ja man sieht da schon länger hinten dran jetzt ein bisschen nach da sieht man noch mehr hänger dran gehe ich weiter sieht man noch mehr hänger dran und mein spiel ruckelt sehr sehr es ist eigentlich immer dieselbe hänger anordnung ich habe durchgezählt sind 41 hänger insgesamt sind jetzt zwei andere mal drin ich wollte mal bis es gesehen wie es aussieht solche der hier mit einer achse noch dazu jetzt hat eine achse nur und der hier der ist sehr sehr viel in ordnung an ende macht schon ordentlich einfach hänger und damit versuchen wir heute von hier diesen weg hier lang zu fahren nach da oben hier bei dem bahnübergang ist ende gelände aber schaffen werden werden wir mal sehen ich will es immerhin zum nasa ich war heute aber womit lenkrad guckt mir erstens erstmal die lage an ich habe es mir schon mal angeguckt aber ich muss so wie es aussieht ja ja es wird knapp wenn ich verkacke verkacke ich dann ist halt ein fail mein spiel ruckelt ich hätte ein denken sollen vorher es bewegt sich aber ob wir hochkommen ist die zweite frage hoffen tue ich es mal so dass ihm ist auch noch aber in dieser situation kann ich nicht anders fahren ich muss hier so viel schwung holen wie möglich diesen ganzen platz hier nutzen ja ok das hat dumm 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 könnten dumm gelöInterican so meine ressenkamera irgendwie unsere das ist das ende ich sag gleich bleibt man hängen vergessen waren signal anzumachen sowas kommt vor mir die anzeigen manchmal die müde mehr waren oder so dumm nein schaust schaust leute leute ja ich muss lenken aber ja komm schaffen wir schaffen oder wir sind zwar sehr sehr langsam aber wir sollten es schaffen wir sollten es schaffen da ist ich schon weg sind stehen geblieben rom ab komm ein gip thermomat nur oben muss sein über alles komm ein beschlang geradeaus die kurve ist mit eng ich muss doch wenn ich ein bisschen weiter oben bin ich sage ich mal kurz aus und zeige ich mal die lage hin mensch war den ein baum hier bin der hier direkt mit ist was anstelle ich mal aus und zeige schon an die lage von unten ich steige schon mal trotzdem von dir die lage ja es hängt man könnte es und es legt auch noch dazu und spiel bleibt ein bisschen hängen und legt jetzt sind die falschen vorgung das ist ein problem ich mal wieder hin haben wir können anfangen oder ja wir können anfangen ist gut ich habe ein mieses gefühl dass wir dort da jetzt hängen bleiben ist jedenfalls so nah an rand mit schaufen kann das so schnell wie möglich nach da lenken kann wird jetzt halten mitte die ganze zeit fand das ja ein bisschen mit risiko reiches jänger auch dorthin schwenken leute machen wir noch über den bahnübergang ja und machen wir noch darüber die challenges der 1000 das ist nämlich wirklich schwer mit diesen dingen lang war gegangen noch raus nach oben ich bin mir jetzt sicher dann zu fährt doch ich glaube schon ich bin oh mein gott bin so weit vor gefahren komm mal uns die lage nochmal an wieder man sieht schon ich bin weiter außen gefahren aber sie sind trotzdem ein bisschen weiter eingezogen weil ich halt wieder auf die straße gekommen bin jetzt ziehen sie hier lang was mir gar nicht gefällt was auch gar nicht beachtet habe aber dafür sind sie jetzt nicht so nah hier dran gekommen aber dafür hier dran was wiederum obwohl sind die letzten sind 41 ganz genau habe gezählt naja diese kleinen genommen die fand ich besser die anzugucken auch noch aber was leckt immer wenn ich hier bin nur ich warte jetzt bis er zukommen sollte ich bin nämlich schon mal drüber gefahren da kann dazu gerne einmal und dann bin ich im hintern heute wir sehen uns wieder in der zug vorbeigefahren ist und und leute da kommt schon der zug also sind kurz davor jetzt weiter zu fahren und kann man weiterfahren zackig drüber am besten damit jetzt nichts passiert weil er zeigt ich will jetzt nicht dass man zukommt jetzt war mal hier lang auf die straßen seite noch ein zukommen wäre nicht so schön und also man schon alle drüber haben wir hinzu noch ein bisschen er gesagt den nasser fahrer nämlich noch ein bisschen hier drauf so ist ein so komisch er ist dann nur für das spiel gerade und immer weil ich sagen dass hier schon das ende ist schauen schön aus ich würde sagen sind wir ja von unten los gefahren und nach oben ich hätte gedacht es wird schwieriger war eine einfache challenge eigentlich ideen für james habt schreibt einen kommentar wäre es ja nicht was bitte ein like da bitte es hat lange gedauert diese hänge anzukuppeln und ihr könnt ja den kanal ein abo da lassen ich mache wieder häufiger videos ich habe schon vor produziert aber es kommen erst videos ab morgen für mich als für euch ist dass der herr tag sollte also war ich es ist morgen der 22 also mich morgen der 22 22 und wieder videos das video wird später auch geladen ja ich hoffe es hat euch gefallen wie gesagt ja nette abo bis zum nächsten mal tschüss 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 bis zum nächsten mal tschüss